Gleich. Hi zusammen, hallo. Hi. Hallo, Anni, hallo. Hi. Hey, ähm, herzliche Gratulation zur Premiere. Wie war's für euch heute? Achso, die haben wir gleich. Der Großteil kommt ja noch. Also wir haben jetzt erstmal heute den ganzen Tag Presse und Interviewtermine und heute Abend geht's dann erst auf den roten Teppich, der bei uns heute, äh, der glitzernd ist. Gold, glitzernd. Gold. Und dann, ähm, ja, wird's bestimmt sehr turbulent und dann freuen wir uns, den Film endlich den Leuten, ähm, zeigen zu können. Und ihr habt den Film selber schon gesehen? Ja. Und? Magisch. Also, ich glaub, um den, äh, um den Film einfach drei Worten zu beschreiben, einfach magisch, abenteuerlich und, was würdest du... Na, das ist natürlich sehr lustig auch. Ja. Nein, wirklich, der Film ist super. Man trifft auf die alten, bekannten, liebenswürdigen Charaktere aus, Fakir Goethe, den, 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 den gewohnten Humor. Und das alles verpackt in der Märchenwelt, ähm, mit großen Emotionen. Ein großer Kinospaß, ja. Und es waren ja so viele, ja, Märchen zusammen. Also Aladin, es war jetzt doch, warst du jetzt doch Aladin oder doch nicht? Oder wusstest du nicht, dass du Aladin warst? Es waren ja sehr viele von diesen Märchen zusammen. Was würdet ihr jetzt am Ende des Tages sagen? Warum würde da so viel zusammengemessen? Also, unser Ziel war ja, ähm, mit dem Film, ähm, wir wollten mit den ganzen gängigen Klischees, ähm, der Märchenwelt, immer der starke Prinz küsst die, ähm, hübsche Prinzessin wach, ähm, so ein bisschen aufräumen. Und, ähm, das schafft der Film eben mit einer großen Menge Humor. Wir stellen uns diesen Fragen, mit zeitgeistigen Diskursen, sei es Selbstbestimmung oder Diversität. Und, ähm, das eben nicht mit dem, nicht mit dem Zeigefinger, sondern mit dem Stinkefinger. Okay, okay. Und wie, wie kam das an? So habt ihr schon Feedback gekriegt von Leuten oder Freunden und so weiter? Es wurde also tatsächlich die, also wir haben heute Premiere, also heute Abend. Ähm, deshalb hat eigentlich noch die Öffentlichkeit den Film noch nicht gesehen. Ähm, aber wir sind alle wahnsinnig davon begeistert, ähm, und glauben sehr fest daran und freuen uns den jetzt, äh, den Leuten zeigen zu können. Aber es hat sehr lustig angefühlt, also beim Drehen. Es wurde ganz viel gelacht. Ja. Ja, also, mir hat ja fast am besten das, ähm, das Making-ofs, am Schluss kam ja ganz viel Making-ofs und so. Und da haben wir gesehen, wie immer wieder mal was runtergefallen ist. Es war wirklich diese, es war echt lustig. Wie war es so, das Set? Also wo habt ihr gedreht? Äh, wir haben einmal im Pencing gedreht, im, im Studio. Und? Äh, in, in, in Prag. Und auch in den Studios. Wie heißt die nochmal? Waren. 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 Wir waren, also in Prag waren wir gefühlt so einer gebauten Stadt. Es war, es war riesig, so viele Leute am Set. Aber es hat nochmal geholfen, so viel schneller in die Rolle rein zu kommen, weil, weil sich alles so echt und authentisch angefühlt hat. Und, äh, im Pencing, München hat es auch, also es war auch eine ganz coole neue Erfahrung für uns, oder für mich, mit der ganzen Technik und Greenscreen und so. Also es war toll. Wie muss man sich das so vorstellen, so ein Studio? Also was war da echt, was war da Greenscreen oder Blue Screen? Was konnte dir als Schauspieler auch noch machen oder was musst du dir vorstellen? Also wir hatten, es war wirklich ein tolles Szenenbild, es war viel gebaut, also die ganzen Inneneinrichtungen des Schlosses, das war da und dann aber diese ganzen Effekte, sei es der Fluch oder irgendwelche Zauber und natürlich der Drache Chantal. Also Jella saß die ganze Zeit auf einem Kran drauf und der dann jetzt hinterher erst zum Drachen wurde. Und so diese Mischung aus echten tollen Kulissen und der modernsten Technik, die das alles möglich macht. War das für euch Schauspieler, was war da anspruchsvoll oder was hat da auch Spaß gemacht oder war es einfach auch ein bisschen langweilig? Na, also man muss sich dann schon teilweise ein bisschen koordinieren, wenn man sagt, da ist jetzt irgendwie ein Fluch zum Beispiel, der Fluch, der da so rumgeschwirrt und da müssen wir uns schon sehr gut abstimmen, dass wir irgendwie genau richtig alle gucken. Ja, nicht alle die gleiche Richtung gucken. Weil da ist natürlich keiner und da ist ja nichts und also es ist dann auch schon auch, wird dann irgendwann auch sehr technisch, aber das wechselt dann wieder ab mit irgendwelchen tollen Spielszenen, also es war wirklich alles, alles dabei bei dem Dreh. Und die ganze Choreo, wird das dann so vor Ort dann alles einstudiert oder kriegt ihr da vorher einen Plan? Wie läuft das so ab? Ja, wie läuft das so ab? Eine sehr gute Frage. Ja, wir proben natürlich viel vorab und... Ja, wollte ich auch sagen, also sorry. So, dass alles klar ist und dann, wenn wir dann am Set sind, dann kann man auch noch mal ein bisschen was ausprobieren, aber es wird viel geprobt, damit alles, also das ist auch wirklich vonnöten, gerade wenn man so technisch dreht, damit alle wissen, was passiert. Ja, wie lange hat diese geprobt? Wir haben vorab ein paar Wochen geprobt und dann probst du manchmal am Tag selber noch ein bisschen und bevor wir dann anfangen zu drehen. Super. Ja, Max, du bist ja ein unglaublicher Schauspieler, also bist ja extrem wandlungsfähig. Ich habe schon so viele Filme gesehen, ich habe mich wirklich mega gefreut. Und natürlich auf euch beide, aber muss ich ehrlich sagen, besonders auf dich auch. Was war das jetzt? Dich in so einer Rolle zu sehen, war ich sehr ungewohnt, weil ich denke, du bist so ein unglaublich talentierter Schauspieler. Ist das für dich nicht so... Ja? Hast du das einfach Just for Fun gemacht, oder...? Na ja, ich bin mit der... Also ich habe ja die ganzen Fakir Goethe-Filme schon gemacht und als dann der Anruf kam von Bora Daktikin, dem Regisseur und Autor, habe ich natürlich sofort gesagt, ja, ich bin gerne dabei, besonders als er mir dann diese verrückte Story erzählt hat. Und ja, ich habe mich sehr gefreut, wieder dabei zu sein mit dem ganzen mir bekannten Cast und dem Team, weil wir sind wirklich eine Familie geworden über die Zeit, über die ganzen Fakir Goethe-Filme. Und ja, deshalb war das sehr schön, wieder Teil davon zu sein. War das eher so eine familiäre Film, familiäre Angelegenheit, könnte man sagen? Ja, und ich drehe auch wahnsinnig gerne, auch Komödien, ich finde, das macht es aus, wenn du irgendwie sowohl Dramen drehen, spielen kannst, als auch Komödien. Was natürlich auch nicht jeder Schauspieler bedienen kann, muss man sagen, ja. Ja, jedenfalls freue ich mich, dass ich die Möglichkeit dazu habe, das so machen zu können, ja. Ja, noch ganz kurz, wir haben sehr wahrscheinlich noch eine Minute oder 50 Sekunden. Was würde dir sagen, warum das der Film sehenswert ist? Weil er wirklich die altbekannten, liebenswerten Fakir Goethe-Charaktere wieder zu sehen sind, mit dem wahnsinnig guten Humor, trifft auf eine magische Märchenwelt, es wird emotional, es wird wirklich ein großes, großes Kinoerlebnis. Und vielleicht noch von dir, sehr gerne. Ja, es gibt ganz viel Action, ganz viel Liebe, es wird romantisch, aber auch abenteuerlich. Also, ihr könnt nur mit uns dann in die magische Welt eintauchen, wenn ihr ins Kino geht, ab dem 28.03. deutschlandweit. Ja, super. Es ist leider schon vorbei, ich hätte noch so viele Fragen und dennoch vielen herzlichen Dank für das Interview. Danke. Danke auch. Danke.